In diesem Video geht es nach Ödem an den Niederrhein. Hier gibt es ganz viel Erholung und Ruhe in idyllischer Natur. Die Gemeinde Ödem liegt am unteren linken Niederrhein und ist eine kreisangehörige Gemeinde des Kreises Kleve. Im Ort selber gibt es einige Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise die Kirchen, Brunnen, Stadtmauer und die Skulpturen. Ein Spaziergang lohnt auf jeden Fall. Ein Highlight ist die Burg auf dem Turmwall. Früher diente sie als Residenz der Grafen und Herzöge von Kleve. Im Ort gibt es Ferienwohnungen, ein Hotel und einen Reisemobilstellplatz. Unterricht der Grafen. Dann kommt der Graf. Dann kommt der Graf und Dafel. Dann kommt der Graf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020